Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir befinden uns hier gerade im Alpha Quadranten, denn hier haben wir eine weitere Mission, eine relativ neue Mission, die jetzt als Spezialepisode da ist. Und ja, diese Mission heißt Schall und Rauch und geht auch wieder um die Lucari. Und ja, ich habe schon zweimal die Mission aber schon gemacht, damit wir schon mal die Teile zusammen bekommen, denn da gibt es mehrere Sets. Ja, wir suchen für signen von Protonauten. Eine unserer Präume langsamerhande hat eine sehr kürzende Erdbeer gefunden. Es hat einen Planeten Klass M im Schatz des Nebula. Das ist nicht die größte Sache, aber die Präume herausgefunden hat, die Präume herausgefunden hat, die Leben für die Setsche auf dem Planeten. Die Biosignen waren sehr ähnlich zu unseren eigenen. Es ist möglich, dass wir eine Kirche veranschuldigung von Lucari haben. Ja und hier seht ihr die ganzen Sachen, wie gesagt, das ist quasi wieder so eine Art Set, auch an Bodenwaffen, zwei Teile, wie gesagt, habe ich schon, die Waffe und den Schild müssen wir noch haben. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal in die Mission rein und ja, geht sogar die Ladezeit aus, manche mal richtig schnell. Ja, wir haben auch weitaus mehr Erfahrung, aber gut. So, erstmal alles vorbereiten für einen Fall, dass die doch angreifen. Versuch's einfach mal. Ja, es wäre gut, dass wir schon mal ein paar Drohnen raus haben. Naja, wer weiß, was mit denen los ist, mit dieser Spezies. So. Ah, wir werden also von der Planetenoberfläche auch bereits gerufen, nachdem wir die drei Schiffe sehr schnell ausgeschaltet haben. Kintari, hm. Kintari? Hm. Okay, ja. Das heißt, wir haben die verloren geglaubte Zivilisation der Kintari entdeckt und werden jetzt mal auf dem Planeten runter beamen und ja. Hm. Nachricht von den Kintari, Admiral. Anscheinend waren die Koordinaten, die sie uns gegeben haben, fehlerhaft, was ihre momentane Situation erklärt. Ich sende Ihnen nun die korrekten Koordinaten für das Hauptgebäude der Kintari zu. Sollen wir sie dorthin beamen? Äh, wir können ruhig einen kleinen Spaziergang machen da hin. Da liegt auf jeden Fall einer mitten im Dreck. Ja, der hat, also hier sieht's auch ganz schön dreckig aus, muss man sagen. Also, ich weiß nicht. Also, man könnte auch fast denken, man wäre irgendwie auf der Erde von, äh, von der Struktur hier. Also, man könnte echt meinen, das wäre irgendwie so eine Party-Meile oder so, die ziemlich heruntergekommen ist oder so ein altes Slum. Mensch, lass mich doch hier dran. Okay, ja, das ist alles nicht so geil. Aua. Das Problem ist natürlich, wenn dann auch noch Gift vom Himmel kommt, äh, ist nicht so geil. Aber es sieht schon lustig aus hier. Auf jeden Fall haben sie zumindest hier verdammt viel aufgebaut. Und hier haben wir natürlich eine Sackgasse. Und unser Spielgerät sollten wir auch mal wieder aktivieren. Bäh, das ist auch noch fehlgeschlagen. Das kommt ja so selten vor. Ja. Hm. Legendary scheint nicht ganz so, äh, erfreut zu sein, dass wir hier sind. Das werden wir sehen. Erstmal machen wir die Bombe hier dran. Und unser Spielgerät benutzen wir jetzt auch nochmal. Ja, jetzt funktioniert es auch sehr schön. So. Ja, das ist eine Nachrichtenmeile. Gucken wir uns die doch mal an. Ähm. Sieht einfach cool aus. Aber das lese ich euch jetzt nicht unbedingt vor. Wir scrollen da so hin, dass ihr euch das angucken könnt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Wenn ihr, äh, die alle durchliest, kriegt ihr dann, äh, am Ende auch eine, ja sag ich mal, eine kleine Auszeichnung. Aber das ist halt nur, wenn man wirklich auch die Auszeichnungen sammeln will alle. Also von daher, das ist jetzt nicht unbedingt was besonderes. Bei mir wird das jetzt natürlich nicht erscheinen, weil ich diese Auszeichnung schon bekommen habe. Dann gehen wir mal weiter zum Hauptgebäude. Natürlich, ich weiß schon, dass hier Gegner kommen. Ähm. Daher konnte ich dann natürlich jetzt schon wieder ein paar Waffen aufbauen, denn hier sind ein paar mehr. Und dann dachte ich mir, äh, da holen wir doch mal lieber direkt mal rein. So. Sehr schön. Ist hier noch einer? Ne. Dann können wir jetzt das Hauptgebäude betreten. Auch wenn der Eingang sehr komisch aussieht meiner Meinung nach. So. Jetzt sind wir bei der Premierministerin. Das ist ein langer Lied von dem Smog und Schwalow, den wir gerade verlassen haben, nicht wahr? Willkommen in New Kenton. Ich muss mich entschuldigen für die unverfassenden Inzidenz, die stattgefunden haben. Ihr habt nach einer Zeit der sozialen Unwalt für unsere Menschen gekommen. Ich bin mir so. Der Verlust unserer Welt hat die Kentari in zwei Faktionen gesplitzt. Die Reformisten, wie ich, die, wie ich, die, dass wir langsam ändern, unsere Leben für die bessere. Und die Traditioneristen, die, dass die alten Faktionen starkt, und alle die Destruktionen, die mit ihnen kommen. Die Kentari, die Sie attacken, waren die Traditioneristen. Sie sehen Sie, und besonders die Lukari, als ein gefährlich für ihre Existenz. Es ist einfach. Ihr Kind sind die Well-Armed-Aliens von einer gewaltigen Kultur. Für die Traditioner, für die hostile Invaders. Für die Lukari, für die gefährliche Anarchisten, aus unserem distanten Vergangenen, für die lange gefeiert sind, und jetzt zurück. Und mehr gefährlich als immer. Der wundervollste Teil ist, dass sie vielleicht richtig sind. Über alle von Ihnen. Näh, näh. Das stimmt nicht. Minister Pentara ist in charge der Planetäre Sicherheit. Es ist sein Job, alle potenzielle Gefahr, vorn und domestisch. Die Idee, mit Aliens zu arbeiten, mit Lukari, wird kontroversal sein. Das gesagt, unsere Situation ist aufgerüstet. Ich bin bereit, ein Dialog mit außerhalb Parten zu öffnen. Such ein Dialog wird, wie gesagt, in der Interesse der Planetäre Sicherheit. Ihre Gefahr ist falsch, Minister. Wir haben nichts zu tun, mit all das. Sie sind nicht falsch, Captain. Und wir wissen, dass wir etwas tun haben. nicht mehr zu tun haben. Die privilgte wenige sind sicherer, über die Pollution. Aber sie leben auf Zeit langsamerhandel. Ecosystems auf dem Planeten sind zu verlieren. Wir können nicht mehr auf die... Herr Minister, wirst du es prudente, zu diskutieren, mit diesen Outsiders? Zanketti-Kriegsschiffe nähern sich mit hoher Geschwindigkeit dem Mond des Planeten an. Die Streitkräfte der Kentari fliegen auf einen Abfangkurs, doch sie sind ihnen stark unterlegen. Hmm. Dann werden wir das doch machen, Premierministerin. Schwupp. Ab aufs Schiffchen. So. Die Kentari sind aufgebrochen, um die Streitkräfte der Zanketti anzugreifen, Edmund. Ohne uns werden sie nicht lange durchhalten, insbesondere gegen das Flaggschiff der Zanketti. Das stimmt wohl, weil die Dinger sind doch gar nicht mal so einfach platt zu machen. So. Alles bereit machen und Feuer frei. Die kleinen Schiffe sind ja sehr schnell eigentlich kaputt. Aber das Schlachtschiff, das wird besonders. So. Ein bisschen schneller fliegen. Rotaner Kreuzer. Okay. Dann wird er den mal angreifen. Das ist glaube ich noch nicht Schlachtschiff. Das müsste weiter weg sein. Genau. Ja, das ist genug zu einfach. Die anderen könnten aber immer ein bisschen schneller fliegen. Ja, da vorne haben wir das riesen Ding. Ja, ich frage mich sowieso, warum die Zanketti eigentlich, ähm, diese riesigen Kristalle angreifen. Das haben wir ja eigentlich, glaube ich, soweit immer noch nicht herausgefunden. Also die greifen halt Planeten an. Planeten, Monde, etc., wo diese Kristalle sich drauf befinden. Aber warum die das machen, haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht herausgefunden. Also da bin ich mal gespannt, ob eines Tages dann auch dementsprechend die Episoden weitergeführt werden, damit man das dann auch endlich mal herausfindet. Denn das wäre echt, äh, interessant zu wissen. Wieso, weshalb, warum? Boah, das ist ein Kitteschiff, das hält echt eine Menge aus. Da kloppen wir alles raus, aber, ähm, ja, das hat halt echt krass Schilder. Und selbst wenn man nun mal durch die Schilder durch ist, der Schaden, den es nimmt, ist jetzt nicht so gerade groß. Und natürlich, dadurch, dass man halt natürlich auch sehr viele, äh, Schiffe hat hier von Verbündeten, muss das natürlich dementsprechend auch einen krassen Widerstand haben. Und, ähm, na ja, mein Schiff ist jetzt auch nicht grad das DPS-höchste Schiff, weil es halt ein Techniker ist. Von daher, äh, ja, müssen wir das halt, äh, etwas länger beschießen leider. Das Problem ist, das Schiff dreht sich ja hier jetzt ständig mit, beziehungsweise dreht sich ständig in irgendeiner Richtung. Und, äh, ja, dann habe ich immer diese andere Seite vor mir, wo dann grad die Schilde voll sind, oder so. Und da versuche ich immer eine Seite anzusteuern, wo die Schilde extremst runter sind, beziehungsweise, die Schiffe sind, ähm, von hinten, soweit ich weiß, auch etwas anfälliger. Dann versuche ich deswegen, da dann anzugreifen. So. Ja, es ist, es ist ein bisschen zäh, muss ich sagen, der Kampf gegen diesen einen Dreadnought von denen. Aber, äh, das werden wir jetzt schon hinbekommen. Gleich noch mal die Phalanx, beziehungsweise die Lanz, sehr schön. Die hat noch gut gesessen gerade. Dauert nicht mehr lange, es ist, es ist schon mal erledigt. So. Vielleicht noch mal versuchen, heute dahinter zu positionieren. Das ist gut. Ich werde ein bisschen rückwärts und vorwärts gegangen, äh, versuchen das immer aufzuhalten. Wenn natürlich dann ein Kentaria-Schiff im Weg liegt, äh, steht das natürlich ein bisschen blöd. Es dreht sich aber auch echt manchmal komisch auf der Stelle. So. Traktorstrahl hilft da auch nicht wirklich. Es dreht sich trotzdem auf der Stelle. Jetzt haben wir es aber fast geschafft. Aber so ist es, uns greift es eigentlich kaum an. Also das finde ich echt lustig. Wir greifen eher die Kentaria an. Weil so wenig Schilde, wie wir verloren haben. zu schnell! Sie rennen weg! Die Feiglinge! Oha. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht gelaufen. Mhm. Wir haben ein bisschen entgegenertes 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 auf der Erde. Wir lesen 0 Lebenssignal. Niemand. Sie sind alle weg. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Was ist passiert? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Pentaro. Und erinnere mich, wer hier ist. Kapitän Kumarke, ich akzeptiere deine Vorstellungen. Obwohl es eine volle Überzeugung von der Ministerie der Anfänger auf jeden Fall der Operation gibt. Ihr versteht unsere necesheit für solche Sicherheitsmechanismen, ich bin sicher. nicht wirklich. Na gut. Dann fliegen wir mal ein bisschen näher an den Planeten. Beziehungsweise nicht an den Planeten. An den Mond. Und ja, hier sind auf einmal mal wieder Schiffe. Jetzt sind Kitty unterwegs. Aber die sind jetzt nur eine kleine Belohnung gewesen. Frag ich mich sowieso warum die überhaupt noch aufgetaucht sind. Weil der Mond ist ja eh schon... Wie gesagt, der Mond ist halt eh schon so wie er jetzt ist. Naja, egal. Was ist falsch. Alles hat einfach gestartet. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe mich selbst verstanden. Ich habe mich selbst mal runter. Ähm. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn du den Planeten nicht umwandeln kannst. Wir dürfen natürlich wieder an Technologie herumbasteln, die wir selber gar nicht kennen. Ich frage mich sowieso. Wer hat die Dinger eigentlich hingestellt? Aber von jetzt den Kitty sieht es nämlich nicht aus. Aber warum sollten denn auch Sachen äh von den Kintari jetzt dafür sorgen, dass es nicht funktioniert? Ne? Ist manchmal ein bisschen komisch. Aber gut. Wir haben die drei Dinger jetzt mal gemacht. Setzen wir mal hier lieber was hin. Denn das ist äh ja kein guter Ort um hier lange zu verweilen. Okay. Und da kommen schon die ersten Knackloops. Ah, Kentari. Ja, man weiß natürlich nie wer jetzt wer ist. Ob das jetzt diese eine nette Fraktion oder diese eine feindliche Fraktion quasi ist. Oder ob doch alle Kentari gleich sind. Und einfach alle Kentari quasi böse sind. So, dann setzen wir hier auch nochmal was hin. Für den Fall der Fälle. Ah, die kommen wieder von da oben. Aber das geht eigentlich ganz 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 easy muss man sagen. Zack. Ah, von da hinten kommen sie jetzt. Und unsere Felder ja mal sich dahin begeben. Aber ich glaube das sind die legendarischen Tod. Ah, so gerade haben sie es noch erreicht. So, eine Krichamine. Da können die denen zumindest schon mal ein bisschen entgegen laufen. Aber jetzt kommen sie natürlich schon wieder von der Mauer runter gehüpft. Ein paar Männchen sollten da ganz gut tun. Patsch. Sehr schön. Die sind alle schnell umgefallen. Ja, Krichamine ist auch gerade explodiert. Natürlich ein paar Sekunden bevor die umfallen. Aber wir konnten Gott sei Dank noch eine rausschicken. So. Okay, alles erledigt hier auf dem Planeten. Jetzt warten wir nur noch bis der Alarm runter geht. Das hört sich doch gut an. Das nur wir beide quasi da dran fummeln können. Dann kann zumindest kein Kentari daran rumbasteln. Krass Veränderungen auf jeden Fall. Was? Es funktioniert. Unsere Sensoren zeigen eine Stable Protomatter Matrix in der Formation von Fähigkeiten bei allen Produktionen. Wir verdienen dir ein profundes Geld von Gratitude. Danke dir. Their actions haben uns alle aber sie werden nicht mit dem, ich versuche dir. Minister Pentaro schaut euch in Persönlich. Wir senden ein paar Spiele um dich zurück zu New Kentar. Alien Vessels. Na ja. Das sollen Schiffe sein, die uns abholen sollen. Na ja, ist klar. Von New Kentar ist ja auch so weit entfernt. Wir werden uns hier noch verfliegen. Na ja. Ich sag mal. Na ja. Ich sag mal. So. Ja. Ihr habt euren Planeten jetzt schon so verkackt wieder. Also der ist wieder so am Arsch. Das nach so einer kurzen Zeit eigentlich. Also ähm. Eigentlich sollten die Kentari dann eher ausgelöscht werden. weil wenn die von Planet zu Planet ziehen und jedes Mal den Planeten so kaputt machen. Ähm. Macht das nicht wirklich viel Sinn, dass die äh weiter machen dürfen so. Da hätten eher die Ducari äh bleiben dürfen auf dem Planeten. Die hätten den vielleicht noch retten können. Meine Güte. Was macht ihr denn da hinter mir? So. Letztes Schiff. Ach man. Warum ist denn das jetzt weg? Wahrscheinlich weil ich gerade Schaden krieg. Wieso auch immer. Rufen wir es am besten nochmal. Ich habe erwähnt, dass Pentaro ein Traditionallist für ein Zeitpunkt war. Aber ich dachte, dass er die Leute bevor seine persönlichen Glauben hat. Das war falsch. Seine Angst hat uns alle. Und für was? Die Angst, die Angst und Angst. Ich wünsche mir, dass ich entsprach. Und danke allen von dir. Insofern. Unter die Situation, wir sollten uns auf einer von deinen Meistern treffen. Der Resgabber, wenn du richtig bist. Der Resgabber. Das ist eine Momente. Ich bin froh, dass du mit uns hier bist. Das ist ein Teil von einem Kapitän. Wie Sie wissen. Ich hoffe, ich bin bereit für die Herausforderung. Willkommen in der Resgabber, Prime Minister. Ich freue mich auf gemeinsam arbeiten. Vielen Dank, Kapitän. Du bist sehr nett von dir, nach allem, was passiert. Wir haben heute fast alles verloren. Wir haben heute eine bessere Zukunft. Insofern können wir versuchen, eine bessere Zukunft zu entwickeln. Dankeschön zu dir. Es wird eine Resistanz von Menschen wie Pentaro. Aber wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Auf diesem Ende, wir hoffen, dass wir zusammenarbeiten, mit dir und deinen Mitgliedern. Ich bin froh, zu hören. Die Pentari und Lukari haben lange zu lange leben. Wir haben gerade angefangen, zu überlegen, über unsere Welt. Vielleicht können wir das zusammenarbeiten. Vielleicht können wir das zusammenarbeiten. Wir haben dann viel Arbeit zu machen. Das hört sich doch gut an. Die Pentari sind zumindest gesprächsbereit. Dann, äh, ja, verlassen wir das System hier am besten, glaube ich. Und dann sollen die das ruhig alles in Ruhe ausdiskutieren. So. Ja, das erste Treffen mit den Pentari haben wir jetzt abgeschlossen. Und, ja, werden die LSS Recover rufen. Mit, äh, dem Käpt'n. Okay. So. Dann nehme ich diesmal das, äh... diesen Werfer hier. Ähm. Ja. Ich sag mal, es ist jetzt nichts ganz besonderes, aber man sollte trotzdem mal alles gesammelt haben, denke ich mal. So. Ja, dann werden wir das System hier erstmal verlassen. Ähm, ja, werden schauen, wie es weitergehen wird mit den Episoden. Denn, ähm, es sind schon Sachen angekündigt worden und bin mal gespannt, was das genau wird. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute! Wirucken mal wieder mal weiter!